Hey Leute und kommt zurück zu Battlefield 5. Im letzten Part haben wir die Kriegsgeschichte unter keiner Flagge beendet. Und heute fangen wir mit der Nordlies Kriegsgeschichte an. 1943 in Norwegen. 1943. Norwegen ist seit drei Jahren besetzt, aber es herrscht kein Frieden. Schließe dich den Widerstand an, der versucht einen Mitstreiter zurückzuholen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. Und hier sind wir. Auf Flitschuhen. Zumindest auf Skiern. Nicht auf Flitschuhen. Oh yeah. Durch den Schnee. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Wow. Alter sind wir schnell hier mit unterwegs. Steuerung ist auch ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig. So sind wir jetzt wieder schneller. Ich weiß zwar grad nicht wo wir hier lang fahren, aber nur gut. Wow. Alter war das tief. Gut hier hört das auf. Ah. Sie hat auch wieder so ein Fernglas. Das ist Zoom bestimmt auch wieder. Ja. War klar. Das ist Zoom wieder so schön extrem ist. Aber bis jetzt sehen wir nur die zwei. Wollen wir uns mal hier anschleichen. An der Seite. Wie sollen die vermisste WiderstandskämpferInnen suchen. Die da gefesselt wurde. Beziehungsweise. Der wurde Handschellen angelegt. Oh. Das ist gut, dass der hier weg geht. Denn jetzt kann ich schön seinen Kameraden töten. So. Eben mal die Waffe auf. Da bleiben trotzdem bei der Waffe, die die hat. Und zack. Sehr schön. So. Da ist jemand am Licht. Oh. Da ist auch noch Licht. Okay. Sind da unten welche? Ja. Da unten sind zwei. Gucken wir uns erstmal hier weiter um. Da unten ist ne Brücke. Oh. Gut. Da steht niemand. Das ist sehr schön. Steht hier jemand auf der Brücke? Nee. Also unten steht keiner. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber da hinten ist ein Gegner. Und wieder so ein Tor. Okay. Oh yeah. Schön sneaky unterwegs hier. Und wir kommen dem Ziel immer näher. Alter. Weht hier Wind. Hohohoho. Rechts oder links rum? Gucken erstmal hier drinnen. Oh. Eine schallgedämpfte Pistole. Da war jemand. Oder? Ja. Da steht jemand. ganz interessant. Können wir den Headshot verpassen? Dann mal still stehen. Jawoll. Gucken wir uns mal hier um. Ja. Der ist zu weit weg. Oder? Ja. Oh shit. Er weiß wo der jetzt lang läuft. Okay. Der guckt da hinten. Dann gehen wir mal hier lang. Nicht dass der uns erwischt. Juhu. Wir können hier auf den Turm klettern. Geil. So. Jetzt können wir die Scheinwerfer ja bewegen. Oder? Können wir das? Also die Waffe können wir schon mal aufnehmen. Nee. Leider nicht. Aber ja. Jetzt haben wir hier. Einen besseren Blick. Auf die Dinge. Aber irgendwie ist ja keiner mehr. Doch da hinten. Oh. Machen wir den mal schnell aus. So. Unten angekommen. Oh. Oh. Das Aus ist er schon mal. Äh. Geil. Schnell wieder hoch auf den Turm. So. Da stand doch einer Ja da steht einer Und Headshot Oh Gott Jetzt wurden sie alarmiert Aber den Alarm können sie nicht mehr auslösen Die kleinen Schlawiner Wie kann er mich treffen Er ist selber down Nice Oh da ist auch einer Ah verfehlt Wieder verfehlt Oh Gott Drei Leben Drei Verdammte Leben What the fuck Wieso treffe ich den nicht Jawohl Geht doch Was ist hier für eine Waffe Oh die Sphinx ist besser Beine hättest du mich erwischt Aber auch nur beinahe Mit deiner Granate Zack down ist er Also Auf dieser Position Sind wir schon mal gut im Vorteil Können sogar den da drüben erledigen Wenn wir treffen Ja Jawohl So Jetzt wurden die alarmiert Ist aber egal So Ich bin so schlecht In snipen Ich weiß Da snappt noch wer Alter Nein 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 Oh Okay Da haben sie Das Gerüst ein bisschen weggerissen Ernsthaft Ich habe doch genau das gleiche gemacht wie gerade eben Aber ihr könnt gerne alle hier runterkommen Oh nö Jetzt ist der Alarm ausgelöst Verdammt Fünfte Muni Das muss schnell hier Kaputt gemacht werden Autsch Auch hier wieder auf den Turm So Huiuiuiuiuiuiuiuiui Wieder die Sniper in die Hand nehmen Bestimmt wieder im Geschütz ne Ist klar War klar Dass der wieder im Geschütz ist So Nicht viel Munition mehr Den anderen wieder Den anderen Turm da auslöschen So Schafft Die drei Haben es noch überhaupt gar nicht bemerkt Alles klar Headshot Angehiltet Tot Oh Oh Nein So Geschafft Fürs erste Oh no Was kommt jetzt Ach du scheiße Huiuiuiuiuiuiuiui Jetzt dürfen wir bloß nicht wieder runterfallen Denn das letzte Mal sind wir ja runtergefallen Jawoll Sonst noch wer Ich hoffe nicht Ich hoffe es einfach mal nicht Ähm Schön wie das Ding hier in der Luft schwebt Sehr schön Wir können wieder runter So wie es aussieht Ist alles clean Gucken wir mal hier drinnen Was hier ist Oh Munition Oh yeah Nehmen wir das mal mit Und dann nehmen wir das mit Wir nehmen das mit Weiter geht's Weiter geht's Mal gucken Wo noch mehr Gegner sind Und Jackpoint haben wir erreicht Sehr schön Das gefällt mir Oh Gott Kann ich den treffen da hinten Ja ich hab ihn getroffen Aber das haben Alle andere gehört Oh nein Gut dass du mich verloren hast Oder komm wieder näher War es doch da hinten irgendwo Au Der ist auch weg Wo kommen sie noch Oh nein Der wird nicht gerätzt Uiuiui Yo wie der einfach da steht So Oh Oh Nur eine Granate Steht sonst noch jemand hier Nein Aber da hinten Ich hab dich gesehen Komm zeig dich nochmal Ich treff den nicht Ich muss näher ran Oh Gott da sind mehrere Number one Number two Eine neue Muni hier Zack Sehr schön So Wieder zurück Bis jetzt bin ich noch Sehr gut aufgestellt Oh Sagt er und stirbt Fast Komm leben Jawohl Hier lang laufen Zack Mann ist die Sniper gut Nicht gedacht Oh Oh Von da hinten Nein Nicht sterben jetzt Das wäre fatal So weit wie ich gekommen bin Oh Nein Oh Nein Gut Ich gehe dann mal hier runter Und das war eine schlechte Idee Nimm die Waffe auf Gut Nochmal gerettet Nochmal gerettet Oh Nein Ich bin im Licht Das ist nicht so gut Das ist gar nicht gut Raus da Raus da Raus da Ich muss hoch Aber hier speichert es Ah ne ich muss doch nicht hoch Ist das nur einer Ich glaube der sieht mich gleich Nein der sieht mich nicht So So Oh nein Geil Nice Alter Das ist geil Das ist mega geil Und Bäm Yes sir Interagieren Okay Mach mal wieder zu den Kram Okay Wir müssen weiter hoch Wir müssen ja zum Ziel kommen Da wird gesniped Eiskeit Wird da gesniped Von da oben Aha Weg Mit dir Oh Wir müssen sogar das Tor aufmachen Aber erstmal Die Feinde Killen Die hier zum Glück Nicht durchkommen So Schön Nachladen Schön Fein Säuberlich Ich seh da nix Mehr So Oh Gott Flammenwerfer auch noch Holy shit Ähm Explodiert der mal Ich musste doch Bei Battlefield 1 Nur hinten auf den Tank schießen Und dann Ist es doch schon Explodiert Ich glaub das wohl nicht mehr Hier bei Battlefield 5 Ist ja schade Sonst hätte ich Eine schöne Gewaltige Explosion Auslösen können Tja Rauchbombe Bringt euch nix Alter der ist ja Immer noch da Okay Ich muss mich Erstmal heilen Hier Definitiv Da liegen noch Waffen Falls ich welche brauche Jetzt haben die das Tor aufgemacht Tor wieder zu Alter Yes Wow Okay Trotz Rauch Getroffen Sehr schön Oh Nein Der holt ihn wieder Der holt ihn wieder Verdammt Hoffentlich hab ich jetzt Den Medi erwischt So So Neue Waffe aufnehmen Zack Gut dafür hab ich Leider keine Muni Aber ich brauch auch Eine andere Waffe Liegt hier noch eine Leider nicht Verdammt Verdammt Down Ist er immer noch da Mit dem Flammenwerfer Oh Gott Was hält der denn aus Heilen Was hältst du aus Verdammte Kacke Oh Das klappt immer noch Okay Gut zu wissen Wo drüben Oh Nein Sie haben mich verloren Gut Leute Ich würde aber sagen Das war's Mit diesem Part Wir machen dann Im nächsten Part Genau An dieser Stelle Weiter Wenn's euch gefallen hat Dann gebt denen doch Einen Daumen nach oben Und schreibt einen Kommentar Das würde mich Sehr sehr freuen Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Tschüss 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 Vielen Dank.